Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Samsung Galaxy Tab A9 mit 128 GB Speicher, einem 27,9 cm, 11 Zoll, Display, 8 GB RAM und Wi-Fi 5, 802.11ac, in der Farbe Graphit. Dieses Tablet hat bereits viel Aufmerksamkeit auf Amazon erregt und wir werden herausfinden, warum. Beginnen wir mit der Produktbeschreibung. Das Samsung Galaxy Tab A9 ist ein hochwertiges Gerät, das aus langlebigen Materialien gefertigt ist und für seine Robustheit bekannt ist. Es kommt mit einer beeindruckenden Bildauflösung, die für ein klares und lebendiges Seherlebnis sorgt. Die 8 GB RAM sorgen dafür, dass das Tablet schnell und reibungslos läuft, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Der Wi-Fi 5 Standard garantiert eine schnelle und stabile Internetverbindung. Nun zu den Bewertungen. Monika Klein aus Deutschland gibt dem Tablet 5 von 5 Sternen und lobt die schmale Bauweise und die tolle Bildauflösung. Sie empfiehlt das Gerät weiter und hebt das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. R. Krüger ist ebenfalls begeistert und betont die schnelle Leistung und den guten WLAN-Empfang. Siebeneicher, i, gibt 4 von 5 Sternen und erwähnt, dass der Finger-Touch nicht optimal funktioniert, aber ansonsten alles gut ist. Ein Amazon-Kunde lobt die hohe Qualität und die schnelle Installation des Tablets. Der Kalletaler findet das Gerät leicht verständlich und einfach zu bedienen. Miroslav Kukula und Tony sind ebenfalls sehr zufrieden und heben die schnelle Leistung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Harry hingegen gibt nur 1 von 5 Sternen, da sein Touchscreen von Anfang an Probleme machte und er keine Antwort vom Verkäufer erhielt. Insgesamt hat das Samsung Galaxy Tab A9 eine durchschnittliche Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei 493 Bewertungen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten in dieser Preisklasse bietet das Samsung Galaxy Tab A9 eine hervorragende Leistung und Qualität. Es ist ideal für alle, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Tablet suchen, ohne ein Vermögen auszugeben. Abschließend lässt sich sagen, dass das Samsung Galaxy Tab A9 ein großartiges Gerät ist, das viele positive Bewertungen erhalten hat. Es bietet eine hervorragende Bildqualität, schnelle Leistung und eine robuste Bauweise. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Tablet sind, sollten Sie dieses Modell definitiv in Betracht ziehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und das Samsung Galaxy Tab A9 auf Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.